Eine Frau geht zu ihrem Arzt und äußert ihre Besorgnis über den Zustand ihres Ehepartners. Sie sagt zum Arzt, Herr Doktor, mein Mann ist zu 300% impotent. Der Arzt runzelt die Stirn und antwortet verwirrt, Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie mir damit sagen wollen. Können Sie das vielleicht etwas genauer erklären? Die Frau nickt und beginnt zu erklären, Nun, die ersten 100% können Sie sich ja vorstellen, Herr Doktor. Die Frau fährt fort. Außerdem hat er sich die Zunge verbrannt und die Finger gebrochen.